Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde hier ist wieder euer Jan und euer Oldie von immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge A Way Out freut mich dass du da draußen wieder mit dabei bist und mit uns gemeinsam die Geschichte fortzuführen an meiner Seite wieder der Jute Jansen tach hier mein Digga was geht hallo liebe Leute hallo Oldie ja nachdem wir jetzt erfolgreich den Schraubenschlüssel geklaut haben aus der Werkstatt und den erfolgreich in die Zelle schmuggeln konnten sind wir jetzt hier um die Schrauben zu lösen und mein Verdacht ist ja dass wir schrauben müssen wenn es gewittert das kann gut sein aber du kannst auf jeden Fall jetzt schon die Schraube den Schraubenschlüssel ansetzen probier doch einfach mal oh oh okay du musst viel drehen okay ne müssen wir tatsächlich nicht musst du halten ne jetzt hab ich ihn okay lass sie nicht fallen Digga Koffert so und nun na das war doch easy wie ist jetzt ja ich kann nicht glauben dass ich mich in diesem Schraubenschlüssel es ist nicht vorbei bis die schraubende singt sie wird singen vertraut mich ich hoffe so schön langsam hier alles machen eben hier lang gehen kann man da lang ja hier kann man weiß ich vielleicht hier oben das sieht mir so verdächtig aus aber da kann man nicht ah okay gucken wir erstmal schön vorsichtig ist dass hier irgendjemand steht ne ja okay hier können wir was verschieben Digga doch das wird da sein wo du saßt ja wa guck mal den kann ich jetzt hier lang schieben das stimmt ja guck mal sonst kann man da hoch Nase im Weg so mach mal den Vorreiter hier guck mir nicht immer auf den Hintern ah ja geht nicht anders der sieht noch so jungfräulich aus ja ich weiß so wie Onkel Spider-Man schlingeln wir uns hier lang okay ah ja oh oh gekurvert ja auch ja wir kommen hier lang geht noch nicht doch jetzt da stehen sie oh fuck okay was müssen wir machen oh du bist immer im Weg kann hier sein ja wir müssen da links raus ne ja so das geht ne mhm komm ich jetzt hier weiter hier ist ne Tür hier hinten äh warte zum Donner bestimmt ja wenns Donner drücken ist stur ja zweimal hintereinander dann ne okay hintereinander drücken ja warte mal jetzt sind ja zwei Gewitter hintereinander zwei Donner okay oh das war nicht zwei Donner ich weiß jawohl sauber ja ja da ja ja das war nein nein Warum klettert meiner nicht rüber hier, wie ich das will? Guck in die Richtung, Digga. Wo der Typ ist. Ja. Jetzt musst du wahrscheinlich hier runter, oder? Da ist ein Fenster. Wo bist du? Da. Unter dir. Oh, hier ist gar keiner. Warte, ich hol dich, ich hol dich. Leo, over here. Oh nein. Wo bist du denn? So. Hier. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht von hinten sehen gleich. Der kommt schon gleich wieder hier lang. Okay, wo ist der Typ? Alles noch safe. Hier waren wir schon mal, ne? Hier hatten wir uns ja den Schraubendreher geholt. Oder die Pfeile, die Meißel. Nein. Nein. Ah, jetzt müssen wir hier ins Dings rein. Real smooth. Ich hoffe, dass wir uns nicht gehört haben. Ich hoffe, dass jemand das hört. Oh Gott, schön. Gott, deswegen. Ist das spannend. Mein Telefon ist hier. Okay. Ja, hier kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Hier ist ein Vogel. Oh, den hat er erst mal freilassen. Okay. Wo bist du? Ja, ich bin jetzt auch auf dem Balkon. Ich wollte nur mal gucken. Du hast ein Trophäe erhalten. Oder wir? Nee. Okay, wo müssen wir hin? Hier geht's lang. Da war jemand. Hast du gesehen? Der ist runtergefahren. Ja. Kommen wir hier hoch? Nee. Wir müssen die Trophäe runter. Gehen wir zurück. Na. Ich bin verstecken. Müssen wir ganz runter, ist die Frage. Ja, ich würde sagen, ja. Nee, müssen wir nicht. Hier geht's nicht weiter. Nee. Oh, da sind welche, oder? Da hinten, ja. Oh, das ist die Krankenstation. Hä? Volle Anzeige-Bug gerade bei mir. Ja, Ina muss gehen und da... müssen wir irgendwie was für Ablenkung sorgen. Ich weiß das nicht. Weiß das auch nicht, du. Ja, irgendwie ist es verkehrt hier, wie wir hier stehen. Ja. Irgendwas machen. Vielleicht auf die Krankenstation dann wieder irgendwie in die Scheibe hauen oder so? Ja, ich bin jetzt auf der Krankenstation. Könntest du da was machen? Ja. Nicht wirklich, wa? Nee, nee. Können wir da aus dem Fenster raus? Hier, hier. Hier, hey. Ah, okay. Krankenstation. Okay, jetzt müssen wir aufpassen wegen dem Licht. Ja. Hier ist... Warte. Warte, es kommt zurück, es kommt zurück. Jetzt könntest du. Genau. So, warte. Jetzt dem Licht einfach folgen. weiter, 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 weiter. Hier, warten, warten, warten. Jetzt dem Licht wieder weg ist. Dann runter. Oh. Alter, das war knapp. Warum ging das plötzlich so schnell? Nee, wir müssen rechts lang, hier lang. Andersrum. Ja. Komm nicht vorbei. Ich weiß, müssen wir erst mal auf die... dass sie wieder zurückgeht. Und jetzt. Dann go, 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 go. Nee, nicht da vorne. Glück gehabt. Puh. Puh. Kommt mal ja direkt ins Schwitzen hier. Warte, Korbfolge gleich. Mhm. Na, wo macht meiner nix jetzt? Ja, mal gucken. Wir müssen... Kommt mal nicht hoch, ne? Weißt du nicht? Nee, geht nicht. Wir müssen die Treppe nehmen. Meine Presse. Warte. Ja. 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 So, gute Nacht. Und, was habt ihr gefunden? Oh, nee. Hier, Kleiderbügel. Was lag da? Oh, gar nichts. Okay. Können wir den Kleiderbügel benutzen? Genau. Puh, okay. Noch mal einen Vorreiter. Wow. Wieso geht das bei mir nicht? Doch, jetzt. Fuck. Shit. Fuck. Oh, die schießen auf mich. Oh, ich glaube, wir müssen rennen. Okay, und auf geht's. Scheiße. Oh, nein. Rennen um dein Leben. Haben wir es jetzt tatsächlich rausgeschafft? Ich weiß auch nicht. Geil. Sieht zu Hause wahrscheinlich, ne? Sieht zu Hause, ja. Und hier ist das Flugzeug. Nein. Was? Ich sah das in einem Comicbuch einmal, als ich ein Kind war. Sag mir, du schreitst. Nein. Ich bin einfach glücklich, dass es funktioniert hat. Oh, mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass du mich darüber sprachst. Ich auch nicht. Ich bin auch nicht. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Äh, er guckt auch noch an, Weihnachtsmann. Aber hat doch funktioniert. Es war alles super. Ja. Komm. So, wir sind weiterhin auf der Flucht, Freunde. Weiterhin auf der Flucht. Wir müssen aufpassen. Scheiße. Die Wimmels wahrscheinlich vor... Oh ja. Wir müssen wahrscheinlich in den Büchern verstecken. Ne, es geht gar nicht. Wir müssen alles, was wir haben. Wir müssen beantragen. Ich gehe nicht zurück. Wir sollten abseits der Wege laufen, oder? Ah, Sackgasse. Oder geht doch. Beweg mal deinen Hintern. Das ist doch noch so jung. So, und auf geht's. Ja, hoi. So, danke, Leo. Ja, bitte. Hau ab. Hau ab. Mach schön mit dir. Oh, boh. Überall. Überall Bullen. Na, super. Okay. Jetzt müssen wir uns wahrscheinlich hier durch die Bullen durchmogeln. Genau. Oh, genau. Wir sollten uns in diesen Büchern schlafen in diesen Büchern schlafen. Diese haben sind schlimmer als ein Bagel von roten Potatoen. Okay, der ist weg. Kommen wir hier lang. Oh, da vorne kommt einer. Oh, nicht. Wo bist du? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da vorne schon. Da in dem Busch vor dir, ja. Da bin ich drinne. Mal schön links rechts gucken. Nicht, dass plötzlich einer von links kommt. Ja. So, der geht. Den laufen wir jetzt hinterher. Ja. Dann links in den Busch rin hier. Und noch ein Stück weiter. Da in den Busch rin. Der bleibt jetzt stehen. Ich laufe jetzt da hinten in den Busch rin. Ich bleibe hier in den Busch. Ja, dass ich hier nämlich weiterlaufen kann, wirst du? Ja. Ich hoffe, dass der umdreht jetzt. Nee, doch nicht. Der läuft weiter. Jetzt kannst du rechts in den Busch rin. Schnell. Wo lösst du denn hin? Ja, der dreht rum. Naja. Achtung, da kommt einer. Hier lang. Uh, ich glaube, der wird stehen. Der eh ne. Okay, der haut ab. Hier rein. Uh, da kommt einer. Oh. Sag weiss. Meiner dreht um. Nein. Der sieht mich bestimmt jetzt. Alter, hab ich ein Schwein. In der Tat. So, ich bin erstmal hier in Safeness. Uh, er kommt. Gut, dass sie sich, dass man die, oder dass sie eigentlich sehen, wenn sie, wenn du hier im Busch bist, wa? Ja. Was sag ich dir denn? Genau, zwei im Kreuz hier. Ich weiß überhaupt nicht gerade, wo du bist. Ne? Oh, der ist hier. Wir müssen die beide gemeinsam ausschalten, die hier bei mir sind. Ja, da lang. Oh, come on. Get over here. Du bist gleich bei mir in der Nähe, glaube ich. Jetzt da runter. Jetzt da runter. Mhm. Rechts, rechts, rechts. Rechts rein. In den Busch. Und da stehe ich jetzt gleich. Komm, musstest du kommen. Weiter runter. Genau, da bist du. Jetzt müssen wir die vor uns ausschalten. Ja. Eins, zwei. Eins, zwei. Jawohl. Sauber. Oh, jetzt geht's hier weiter. Muss mal gucken, ob wir hier irgendwo rein können. Dann wird es wahrscheinlich hier nicht sein, oder? Ne. Ja. Wir müssen da runter. Hier rechts rein. Ja. Oh, da kommt doch schon einer. Ich bin immer cool. Puh. Oh. 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 Du musst wieder jeden aufs Maler hauen, ja. Jetzt kommt ein Hubschrauber. So, jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt hier hoch oder müssen wir da runter? Ah, ich würde sagen eher, dass wir hier hoch müssen. Oh, da ist ne übelste Brücke. Ah, da müssen wir rüber, okay. Einfach so lange rangehen, bis R2 zu sehen ist. Ja, bei mir ist R2 zu sehen. Okay, dann 3, 2, 1 und go! So läuft das! Hier ist die Brücke. Keine Waffe zurück. Natürlich nicht. Okay. Dann müssen wir uns wahrscheinlich hier wieder gegenseitig helfen, wa? Na. Boah, wieder Schwanz im Gesicht. Mmh, lecker! Oh! Und so, wie machen wir das jetzt? Können wir da durch? Einmal im Kuchen. Oh, jetzt können wir zwei Wege entscheiden. Mh. Ich würde auch sagen, unter der Brücke durch. Oder wir nehmen das Auto. Untere Brücke. Unter der Brücke? Ja, oder? Okay, komm. Überredet. Ja, wie ist der? Du hast es ja nicht so mit Höhnen, ne? Nee. Okay. 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 Oh Gott. Ist das hoch. Oh mein Gott. Hoffentlich stürzt das hier nicht ein. Oh, jetzt müssen wir noch springen. Alter. So, aber lieber Jan, an dieser Stelle ist die Folge auch schon wieder vorbei. Oh, oh. Ich verstecke mich erst. Und ja, und ob wir es wirklich schaffen zu entkommen, erfahrt ihr auf jeden Fall erst in der nächsten Folge. Würde mich demnach freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich bei euch ein fürs einschalten und bewerten dieser Folge bedanken. Und falls ihr nicht mehr verpassen wollt, lasst ein kostenloses Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Oder beziehungsweise uns würde es sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall uns. Genau. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine Lieben. Immer schön lecker bleiben. Ciao. Ciao. Ciao.